Was geht ab meine Freunde, Jan hier und ich heiße euch recht herzlich willkommen zur vierten Episode von Skilling to the Top. In der letzten Episode haben wir nun endlich unseren ersten silbernen 5 Sterne Skiller freigeschaltet und dementsprechend werden wir unser altes Bronzeteam verkaufen, wie ihr auch im Hintergrund sehen könnt. Und wir haben auch ein bisschen Profit dabei gemacht, denn zu dem Zeitpunkt kam gerade ein Turnier raus, ein Bronze Cup, wo man 7500 Münzen gewinnen konnte und dementsprechend sind die Spieler ein bisschen im Preis gestiegen. Und wir holen uns jetzt unseren neuen 5 Sterne Skiller ab, Martimo Tumba. Der Junge geht auch in Real Life richtig ab, wer sich das mal anschauen will, ich verlinke hier ein Video, wo er mal ein paar Skills in Echt zeigt, richtig guter Junge. Und wir bauen jetzt natürlich eine neue Mannschaft und unseren neuen Topstar Martimo Tumba. Und das Ganze wird ein Hybrid aus der schwedischen Liga und der Eri De Wiese sein. In der 4-3-3-Formation und im Tor haben wir Wieland, den schwedischen Nationalkieper. In der Innenverteidigung Karlsson mit 78 Pace und sein Partner ist Elmebeck mit 81 Pace, richtig starker Verteidiger und hat beide für 250 Coins, glaube ich, sofort gekauft, also richtig guter Preis. Der Rechtsverteidiger Berea mit 85 Pace, mehr kann man zudem auch nicht sagen. Der Linksverteidiger ist Ricardinho aus der schwedischen Liga, ein Brasilianer mit 82 Pace. Unser linker ZM Malangu, ein Südafrikaner mit 88 Pace. Und als rechten ZM haben wir ein Schweden von PSW, der dann Bakali, dem rechten Flügel, dem Jungtalent, 18 Jahre, 4-Sterne-Skills, 4-Star-Weekwood, die Schimmie geben wird. Und im Sturm haben wir einen alten, bekannten LKB aus FIFA 12, war ein richtiges Biest, auch mit 4-Sterne-Skills und 4-Star-Weekwood. Und auf dem linken Flügel natürlich unseren Topstar Martimo Tumba mit 4-Star-Weekwood und 5-Star-Skills. Und schauen wir mal, was wir machen müssen, um unseren nächsten 5-Sterne-Skiller freizuschalten. Und der nächste 5-Sterne-Skiller wird Al-Fraidi aus Saudi-Arabien sein. Und wir werden das Ganze jetzt so handhaben, dass wir mit jedem Spieler 5 Spiele bestreiten werden und dann unseren neuen 5-Sterne-Skiller freischalten. Aber in diesen 5 Spielen haben wir noch 3 Unteraufgaben, die uns ermöglichen, ein Goldpack zu gewinnen. Und bei Al-Fraidi ist die erste Unteraufgabe, erziele 5 Tore mit einem beliebigen Spieler. Die zweite, mache 3 Skill-Uns mit Mutumba. Und die dritte, erziele ein Volley-Tor von außerhalb des 16ers. Und mal schauen, ob wir diese 3 Aufgaben bewältigen können. Und ja, meine lieben Freunde, wir machen uns direkt auf die Suche nach einem Gegner. Und wir spielen ein Online-Einzelspiel gegen diese Mannschaft. Ein richtig starkes Hybrid aus der Liga BVA und der Bundesliga. Und unser Gegner hat auch richtig stark gespielt. Er macht in der 14. Minute das 1-0 durch Eswein. Und dann kommt er auch nochmal in der 44. Minute, stoppt den Ball und schießt ihn da mit dem Lapper zum 2-0 ins Netz. Und wie ihr in der Halbzeit-Statistik sehen könnt, war er total überlegen. Wir hatten 0 Schüsse aufs Tor. Und so wird sich das Ganze auch in der zweiten Halbzeit fortsetzen. Denn er kommt in der 83. Minute und macht das Tor zum 3-0. Und somit ist das Spiel auch schon zu Ende. Wir hatten absolut keine Chance und verlieren das erste Spiel mit 3-0. Deshalb gehen wir einfach mal in ein Online-Saisonspiel in Liga 10. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen mehr Glück als im ersten Spiel. Und wir haben auch schon einen Gegner gefunden. Und ich denke mal, er hat gerade erst mit Ultimative angefangen. Aber hat trotzdem schon ein paar gute Spieler wie Cavani, Kedira und Sirigu. Aber die Chemie stimmt halt noch nicht ganz so. Und da ist Mutuma in der zweiten Minute mit dem Ballrollflick mit der Roulette. Und er schießt den Ball knapp am Tor vorbei. Und weiter geht's in der 40. Minute mit Mutuma. Mit dem Fake-Abrunner, mit dem Ball-Wall-Cut, mit dem Börberspin. Er kommt da irgendwie durch mit der Roulette. Er schießt, aber den kann leider der Verteidiger ablocken. Und wir gehen in die 53. Minute mit El Kabir. Der holt einen Freistoß raus und wir passen ihn einfach mal auf den Flügel. Da ist Hildemark. Der flankt den Ball rein. Und da kommt der kleine Bakali und macht das 1 zu 0 per Kopf. Und direkt drei Minuten später sind wir mit El Kabir am Ball. Der verliert den Ball, aber der Ball kommt irgendwie zu Hildemark. Der passt dann wieder zu El Kabir. Der Verteidiger spitzt den Ball weg. Und ganz glücklich kommt er zu Bakali. Und der macht das 2 zu 0. Und in der 60. Minute kommt auch mal unser Gegner. Und der macht das 2 zu 1 mit seinem ersten Schuss aufs Tor. Aber wir lassen uns davon nicht groß begeistern. Denn in der 73. Minute kommt Bakali mit dem Foot-to-Foot, mit der Ballrolle, mit dem Scoop-Turn. Und der geht leider knapp über die Querlatte. Schöner Skiwan von Bakali. Und wir kommen noch mal in der 90. Minute Kurzverschluss mit einem Laufpass auf El Kabir. Aber da kommt er leider nicht mehr ran. Und somit ist das Spiel auch zu Ende. Wir gewinnen mit 2 zu 1. Relativ verdient. Und das war es jetzt erstmal von der vierten Episode. In der nächsten werden wieder drei Spiele kommen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich ganz doll freuen. Und schaut auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin raus. Haut rein und tschüss.